ja herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die battle of lions auch bekannt bei lidl als hellboy ja ich habe zu spät gemerkt mehr oder weniger dass ich da die gleiche batterie gerade kaufte spontan einfach habe ich die mitgenommen für den preis bei kaufland und ja 20 mm 16 schuss ist im endeffekt genau das gleiche wie die hellboy ca 25 sekunden brenndauer 35 meter effekthöhe hat eine nm von 107 gramm so schaut sie von innen aus pyromaul produktion ordentlich schweres teil und dann schauen wir mal der effekt wird sich mit einer sehr hohen wahrscheinlichkeit nicht unterscheiden von der der hellboy wir testen trotzdem ich wünsche euch viel spaß richtig schönes teil